Der Willen Gottes erfüllt Der Heike Theresia von Avila klagte, dass viele Menschen sich außerhalb ihrer Seelenburg aufhalten und sich nur mit der Außenmauer beschäftigen. Mit anderen Worten heißt es, für viele Menschen ist nur das Äußere wichtig, nämlich ihr Körper, Wohlergehen, Essen und Trinken, Gesundheit, Spaß und so weiter. Es sind diese, die sich nach den Worten des heiligen Markus draußen befinden. Jesus lädt uns ein, ins Innere unserer Seelenburg einzutreten, ins Heiligtum unserer Seele, wo er selbst wohnt. Und uns mit seinem befreienden, heilenden und heiligenden Wort beschenken will. Ja, mit seinem Frieden, seiner Freude und mit Gottes Liebe. So besteht also der erste Schritt, um den Willen Gottes zu erfüllen und zum engen Kreis der Familie Jesu zu gehören, darin, zu den Füßen Jesu zu sitzen und seinen Worten zu lauschen. Ich staune immer wieder, wie reich ich von Jesus beschenkt werde, wenn ich einen Satz aus dem Evangelium verinnerliche, indem ich ihn einige Zeit im Herzen wiederhole. So vereinen wir uns mit der Liebesweisheit Gottes und schließlich mit der lebendigen Liebesflamme Gottes. So werden wir bereit und mit Gottes Kraft dazu fähig, die Liebe Gottes hineinzutragen in unsere liebeshungrige Welt. Im Namen und in der Kraft Jesu Christi von Nazareth, der uns seine, ja Gottes Weisheit und Liebe schenken will. In der Kraft des Glaubens der heiligen katholischen Kirche, auf die Fürsprache der Mutter Gottes, des heiligen Josef und alle Engel und Heiligen des Himmels, binde, breche und entmachte ich alle Flüche, Verwünschungen und negativen Festlegungen, die euch, eure Familien, eure Wohnungen, eure Arbeitsstellen getroffen haben. Und setze euch frei davon. Dem Namen Jesu Christi von Nazareth trenne ich alles Negative von euch ab, was euch von Menschen, Dingen, Orten, ja schlechten Schriften, Filmen, Bildern, schlechter Musik übertragen worden ist. Jesus, bitte vergib uns, wo wir uns von deiner Liebe getrennt haben. Wasch uns rein mit deinem kostbaren Blut. Und möge die Allmacht Gottes des Vaters, die Weisheit Gottes des Sohnes, die Liebeskraft des Heiligen Geistes, euch von all euren Bedrängnissen, Ängsten, Krankheiten und Leiden heilen und befreien. Und so segne, heile und schütze euch und eure Familien, der Allmächtigen und liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.